hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play my time in centra mein name ist jamit hobissan und ich begrüße euch herzlich zu diesem video und natürlich auch auf dem kanal poison tales mittlerweile hat minecraft wieder gestartet ich habe euch ja von dem absturz meiner testplatte erzählt und deswegen muss sich ja alles neu machen teilweise video kamen wir haben das teuer kaufen musste und es war tatsächlich so dass einige haben wir die kraft aufnahmen wie sie make the delivery how about bang is my excel still in effect that's happening how can someone resist my charming smile by the way you can be sein und i hadn't forgotten about a reward for your help but i feel you deserve something particularly special let me think on it war certainly we pay you and me was sagen wollte ist dass die minecraft aufnahmen leider beschädigt wurden und da nichts mehr zu retten war deswegen haben wir hier einmal von vorne angefangen mit der neuen aufnahme methode schön der fleisch voll gut ausgestattet die werkstatt gut ausgestattet die Das ist ein Pferd. Hallo Coco. Auf ins Bett. Entschuldigung! Forschungszentrum! Lieber Yamicheur Buesan, herzlichen Glückwunsch, dass du deine Werkstatt auf eine Zwei-Sterne-Bewertung gebracht hast. vielleicht bist du kein neuling mehr aber du hast noch einen langen weg vor dir warum bist du immer noch ich habe dir gesagt dass du mit einem höheren auch besser aufträge bekommen kannst also hör auf diesen brief zu lesen und geh sofort zur handelsgelder los 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 ich glaube und hat zum aus du hast du die oberhand aber wieso habe ich dann die oberhand behalten wir haben noch nicht voll frisch ich habe das war eigentlich nur um mehr von der handelsgülle wegzulocken die aufträge bekomme holz hier mehr geld mehr geld mehr geld bronzeschank nee kann ich mir nicht leisten hier heute was jetzt was ja ein bisschen sieht man und 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 Okay, okay. Okay, okay. K.O. gesolot. 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 Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Was ist das denn? Okay. Ich glaube, das wird ganz schön gezippt, wenn ich da angekommen wäre. Ich glaube, das wird ganz schön. Okay, abgeladen. einmal hier holz sammeln hallo hallo mit die noch mal weg ja 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 wann ist weiter das rennen moment oh heute um 20 uhr ok leute ich bedanke mich an dieser stelle vielmals fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein und ciao ja 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 ja